Ein Zimmer Berlin-Neukölln, ruhige Seidenflüge, Wohnung mit Dielen, Fußboden, kurze Flur, Wohnung gerade in der Grundreinigung, zweitbezogene Vollsanierung. Wohnung hat traumhaft schön stuck, komplett rundherum, auch in der Mitte natürlich. Ruhige Seidenflügel, zwei Minuten zur U-Bahn, leider haben wir heute ganz drobes Wirt, wie man sieht, aber Blick in den grünen Innenhof, wenn jetzt dommer wäre, Blick ins Zimmer, vorm Fenster aus, wie gesagt, Wohnung gerade in der Grundreinigung, Handwerk ist fertig, jetzt kommen die schöne große Wohnküche mit Spüle und Gasherd, wir haben hier eine große Taschenheizung und eine Wasserzubereitung über den Boiler, weil Neukölln, Seidenflügel, ist manchmal ein bisschen schwierig, aber dafür schöne große Wohnküche, auch mit Dielen, Fußboden, gespachtelte Wände, keine Tapete, jetzt haben wir hier noch das schöne Wannbad, leider inliegend, aber das ist halt in meiner kleinen Wohnung schwierig, auch mit Fenstern. Und dann sind wir schon wieder am Treppenhaus, euch einen schönen Tag. Joseph Barbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbar, es wurde nur noch mit dem